Musik Na hallöchen meine lieben Fortnite-Fanatiker, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Joa, Exelvanien, ein neues Update am 26.10. rausgekommen, sozusagen gestern. Ja, das spielen wir heute. Wir wollten ja eigentlich mit Plaggathon weitermachen, aber ich glaube, das Update ist gerade ein bisschen interessanter, ne? Dieses Halloween-Event soll das wahrscheinlich darstellen und ja, wir klicken mal hier drauf und da werdet ihr gleich erstmal ein kleines Video sehen, das dazu geliefert worden ist, zu dem Update, ne? Also, viel Spaß damit. So, da sind wir hier. Ja, ja, ist ein bisschen nackt, ne? Das ist das Halloween-Event? Wollen wir es gar nicht verstehen, ne? Also, irgendwie ist da nicht viel los gerade. Ich dachte, da kommt mehr. Spielen? Plaggathon? Ach hier, Event ansehen. Ach, hier ist es. Ah, okay. Aber das kann man nicht spielen, oder was? Hauptaufträge. Hauptaufträge ist Plaggathon. Ja, aber das spielen. Ja, dann spielen wir mal das hier. Das heißt, wie viel? Erkundet den Nebel. Och, du Heilige. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr interessant aus, ne? Oh, geil. Guckt euch das mal an. Die Kerzen. Oh, das ist ja richtig geil gemacht. Hammer. Finde ich klasse. Oh, legen wir einfach mal los, ne? Oh, das klingt ja gruselig. Was muss man denn jetzt hier machen? Kommander, ich will dich klasse. Dieses Ort ist evil. Ich bin nicht sicher, welchen Typ von evil wir hier beschäftigen. Sommercamp-Slasher, Haunted-Well-Girls, Gremlins, Bloody Marys, creepy-victorian-Children, Dolls, Dracula, Mummies, Puppets, Mermaids, Mermonsters. Also, so zu wie, wie das hier gerade mitgekriegt, gibt es hier einiges zu entdecken. Oh, guck mal, hier neue Pflanzen. Da können wir, wenn sie unser Inventarabill aufstocken, hier. Oh, Pilze! Also, wir sollen die Karte hier erkunden, oder wie? Das ist die Hauptmission, wie es aussieht. Oder? Jetzt muss ich mal gucken, hier. Ziel. Ziele. Schließe, Sturmschiff-Verteidigung, Einzelplaktion. Das ist jetzt nie meine Zielgerade. Punkt, Mission. Untersuche den Hexylvanien. Versuche, nicht zu sterben. Viel Glück. Ha! Dankeschön! So, wir sollen mal hier gucken. Also, wir sollen das jetzt mal erkunden. Dann erkunden wir mal hier. Hier wieder ein Büschlein. Oh, da wird schon geschossen. Wow. Es soll noch neue Monster geben, in diesem Patch. Bin ja mal gespannt. Okay, ich erschieße euch. Tschüss. Ich hätte natürlich gerne die Laserwaffe, die ich mir schon mal gab. Oh, ne Kiste, geil! Was ist das denn? Mach' einen Steinhau. Alles klar. Mal sehen, was schönes drin ist. Eine Waffe. Okay. Steine können wir auch mitnehmen. Falls wir noch was bauen müssen. Und auf uns war der eh noch Blankerton. Also, brauchen wir sowieso wieder Ressourcenschrauben. Motoren. Und was nicht alles. Pflanzen. Fallen. Ja. Eine ganze Menge kommt da auf uns zu. Aber das Update interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Weil, das ist ja saisonbedingt, ne? Weil ja jetzt demnächst bald Halloween vor der Türe steht. Haben sie wahrscheinlich diesen Patch reingemacht. Finde ich eigentlich ganz klasse, dass sie sich da wirklich die Zeit nehmen für die Community und auch wirklich da noch ein zusätzliches Feature mit reinbringen. Finde ich gut. Was ist das denn? Sowas Großes hab ich schon nie gesehen. Holz. Alles klar. Blinzchen. Was ist hier? Ne Glocke. Wenn eine kleine Glocke in deinem Kopf ist, um dich zu rennen und zu hide, dann bist du wahrscheinlich auf der richtigen Weg. Cool, ich finde das cool. Oh, hier geht's runter. Geil. Ich bekomme eine starken Präsenz. Schau mal an. Ich habe eine falsche Location auf deinem Kopf gemerkt. Geil, sei brav. Bitte. Da unten ist ein Informationsquäller. Da sollte man vielleicht mal hingehen. Oh, was ist das mal hier? Hier mal verlassen das Lager. Da oben ist Munition. Gib die her. Also, das ist Munition. Das ist natürlich schraubt. Das kann ich nicht einsammeln. Okay. Na gut. Da ist... Hier ist... Da unten ist das I. Na, gehen wir mal hin. Aber die Karte sieht schon geil aus. Kannst du sagen, was du willst. Hui. Und zu dem G ist natürlich auch am Start. Die Musik ist auch ein bisschen verändert, ne? Finde ich gut. Jetzt wird auf Deutsch. Ja, das haben sie noch nie gefixt. Oh, hier, guck mal. Na, gehen wir mal runter. Oh, gut. Oh, gut. Katakombs. For when you can't decide, if you want to bury the dead or decorate. You really can't be a Katakombs. Oh, eh. Was ist das denn? Gruselig, ja. Das kann man nicht anders sagen. Das ist segutlich. Aber zu holen ist ja wohl nicht viel. Falle. Kann ich das Ding hier abbauen oder so? Hm, guck ich. So. Wir schauen mal, was wir hier noch so finden. Wir haben hier mehrere Informationsquellen. Hier, da ist schon wieder eine. Wo wir hin müssen. Wir sollen ja die Karte erkunden. Das machen wir natürlich. Alles klar. Wir sollen überleben und nicht sterben. Oh, Schrauben. Nehme ich. Oh, geil. Guck mal. Hier sind wir. Ich mag es bereits besser als die Katakombs. Nehme ich mit, das Auto. Das kommt bei mir in die Garage. Schauen wir doch mal hier rein. Oh, guckt euch das mal an. Wie liebevoll das gemacht wurde. Geil. So ein Kupferstilachse oder so ähnlich. Können wir das Klavitze legen? Können wir Schrauben? Ja, Schrauben. Ein T-Wagen. Eine Pistole. Oh, der Besen von der alten Hexe. Da haben wir irgendwo eine Handwerksbatterie oder gefunden. Die haben wir ja schon alle unnötig viel haben davon. Bücherregal. Vielleicht findet man ein Hexenbuch. Ne, bloß eine Wurst. Spiegel. Ach, guckt hier die Entchen an hier. Oh, das Blumsklo. Das Blumsklo. Geht man zu Hause? Machen wir Öffier. Ne, guck mal, die Familie. Die Geisterfamilie. Ist ja auch nicht schlecht. Sieht schön aus. Das Bild kommt bei mir auch an die Wand. Ich will das Gemüse mitnehmen. Ja, ich mache ja schon die Tür auf. Zeuge Jehovas wieder. Oh, hier. Abgehangenes Fleisch. Sag mal hier. Kistchen. Oh, eine Missgabe. Das ist für die Hexenjagd, irgendwie. Aha. Hier geht es also noch weiter runter. Hallo. Gut, dass wir schmecken. Hm. Aber viel zu holen ist ja noch nicht, ne? Ah, Munition auf jeden Fall. Immer. Ach, hier schrauben sie es. Die hätten wir fast übersehen. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr schön gemacht. Gruselig auf jeden Fall. Die Stimmung bringt es auf jeden Fall rüber. Aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Kann man hier anders sagen. Finde ich toll. Mal sehen, was hier noch über uns zukommt. Hier haben wir einen großen Holzstabbel. Oh, guck mal hier. Geil. Ist ja cool. Wird ein Kürbis auf dem Kopf. Ist doch schön. Was müssen wir noch... Wir sollen nur erkunden, das letzte markierte Gebiet. Okay, dann machen wir das doch mal. Äh, dann müssen wir in die Richtung. Wir müssen Richtung... Da kommt was weg. Ne, da oben. Nord, West. Müssen wir... Können wir den wegkacken hier? Ne. Oh, oh. Oh ja, Lager. Bin ich ein Fan von. Was? Wie? Was? Oh, da gibt es schöne... Oh, oh. Yeah. Lagerblöde macht immer am meisten Spaß. Oh, da gibt es Kupferrauer und Silber. Oh, guck mal, die Riesenburg. Pschsch. Oh, die Bäume sehen so schön aus. Alter, mir gefällt es wirklich sehr gut hier. Bist du jetzt das Ding abreißen? Bist du bescheuert? Boah, tut mir leid, ich kann nicht. So, jetzt wird Blublu. Was? Scheiße, geil hier. Sieht das geil aus. Hier wohnt bestimmt Trav Dracula. Die Familie wieder. Komm mal hier. Oh, schon mit dem Geyser. Hier geht's in den Keller. Handwerker Silbererz. Ziegeli. Oh, der ist noch weiter runtergekommen. Wölfe? Gibt es hier jetzt Wölfe oder was? Nee, da stand, höre ich auf, das Spiel zu spielen. Nein. Das ist unakzeptabel. Wölfe, mit Wölfen will ich das tun. Was? Ungewöhnlich, was? Wie? Ich will Holz hier abhautbauen gehen noch. Die Steine leuchten zu schön. Da ist wieder so einer. Geil. Zieh auf meine Karte, dann guck ich mal auf meine Karte. Was ist denn da? Da ist doch nichts. Doch, da sind ein paar Punkte abgebildet. Genau hier unten drunter. Kommen wir nicht rein, Theo. Nee, können wir nicht. Da müssen wir sie abreißen, um reinzukommen. Aha. So, dann haben wir hier einen aktiviert. Da müssen wir noch einen aktivieren. Hier ist auch wieder eine. A, B und Scheint über mir zu sein, kann das sein. Irgendwo ist hier noch eine. Über sie unter mir oder über mir. Ich vermute mal ganz stark unter mir. Also sonst würde ich sie ja sehen. Ist nicht geahnt. Aber wo? Ach hier. So, dann haben wir sie. Und was bringt uns das jetzt? Bereite die Verteidigung der Sension vor. Oh, 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 oh. Das war nicht beabschied. Na toll. Zeit bis zum Angriff. Na, klasse. Wo kommen die jetzt hier her? Hallo. Wo seid ihr? Moin. Den nehme ich mit. Ja, da gibt es Schrauben. Bis zum nächsten Mal.